Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und heute habe ich hier die Yoga Junkies Box. Da ist was runtergefallen und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen zu erfahren, was sich im Mai hier dran verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Yoga Junkies Box kommt aus Österreich und wird mir kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen. Vielen, 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 vielen Dank an die liebe Hanna und an den lieben Tyler für die Zusendung der Box. Und ja, es wird auch in diesem Video ein Gewinnspiel geben und zwar verlose ich eine individuell zusammengestellte Beauty Box. Alles was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Die Yoga Junkies Box ist eine Box, die uns ein gewisses Gefühl vermitteln möchte und zwar ein sehr entspanntes und wohltuendes Gefühl. Es geht hier um den Yoga Lifestyle vor allem. Wir haben hier Yoga Lifestyle Produkte mit enthalten, die du auch im Online Shop teilweise so kaufen kannst bei denen. Ich habe zum Beispiel hier auch eine Yogamatte, die ich mir mal dort bestellt habe. Es gibt dort auch Schmuckprodukte und so weiter und so fort. Habt ihr jetzt meine? Nee, ich hoffe nicht, weil an der Seite steht meine Adresse und sonst habe ich da jetzt irgendein Feld drüber gelegt. Und wenn du Bock hast, da zu stöbern, zu schauen, wie auch immer, nutz gerne meinen Gutscheincode. Da bekommst du ein bisschen Rabatt. Und das ist ein Affiliate-Rabattcode. Das heißt, ich verdiene da auch eine kleine Provision dran. Das ist Claudie10 und da erhältst du 10% Rabatt auf deinen Einkauf. Genau. Wir müssen jetzt auch ein bisschen entspannter sein, denn draußen zieht so langsam ein Gewitter auf. Und Sammy mag Gewitter überhaupt nicht. Deswegen versuche ich heute ganz besonders sanft zu reden, dass er sich auch ein bisschen beruhigt. Denn eben ging es ihm gar nicht gut und ich möchte nicht, dass er jetzt eins so nervös wird. Deswegen chillen wir uns ein bisschen und schauen uns mal die Yoga-Jumpies-Box an. Ja, die Box, die ich euch gerade gezeigt habe, ist der Versandkarton und die Box an sich. Und wenn man sie hochklappt, haben wir hier einmal den Blick in die Box. Und auch eine kleine Information, dass man gerne auch Yoga-Junkies auf Instagram verlinken kann. Und dort findet man die Yoga-Junkies auch tatsächlich. Und ja, hier habe ich einmal ein Kärtchen drin. Da sehen wir auch die liebe Hannah und den lieben Tyler. Die sehen wir hier. Das ist ja quasi das Kärtchen, was ich immer so mit dabei habe, wo mir auch ein paar Zeilen geschrieben wurden. Liebste Claudi, wir wünschen dir viel Freude mit unserer Envision-Box. Tausend Dank für deine wundervollen Unboxings. Lots of Love. Hashtag I am a Yoga-Junkie. Genau. Das mache ich auch gerne, wenn ich Yoga-Junkies bei mir verlinke auf Instagram. Hannah, Tyler und dein Yoga-Junkies-Team. Vielen, vielen Dank. Das riecht gerade so angenehm aus dieser Box. Wahnsinnig cool. Und ich fange jetzt einfach mal mit dem, ich glaube, das ist der Flyer, ne? Mit dem Flyer fangen wir an. Da ist das Motto auch nochmal drauf. Envision. Und ja, wir haben hier nicht so eine Einführung. Wir sehen hier direkt die Produkte, die in der Box enthalten sind. Und dieser Duft, der hier rauskommt, so Patchouli und so, finde ich ganz angenehm gerade. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und ja, wir bezahlen 49,99 für die Box, wenn wir die so einzeln bestellen. Und sie enthalten aber Wert, Produkte im Wert, der deutlich höher ist, als das, was man für die Box bezahlt. So. Ich wundere mich gerade selber darüber, wie sanft ich gerade rede und dass ich meine Aufregung etwas im Zaum halte. Denn der Mai ist ja auch mein Geburtstagsmonat. Deswegen ist es für mich immer so eine ganz besondere Geschichte, die Mai-Boxen im Jahr auszupacken. Weil es auch ein Stück weit so für mich dieses quasi Geburtstagsgeschenk ist, was ich dann ja auch von zum Beispiel meinen Kooperationspartnern bekomme. Oder wenn ich eine Box selber im Abo habe, die wissen natürlich nicht, dass ich in dem Monat dann Geburtstag habe. Aber trotzdem ist es so. Es fühlt sich an wie mein Geburtstag, äh Geburtstagsgeschenk dann quasi. Als erstes haben wir hier so ein Buch da auch mit drin. Und da sehen wir eine Glaskugel. Das ist ziemlich witzig, um ehrlich zu sein. Denn es ist ziemlich häufig, dass ich auf der Arbeit, ich arbeite im Vertriebsinnendienst und bin da vor allem im Bereich Export unterwegs. Und da bringe ich relativ häufig den Spruch, ich kann in keine Glaskugel schauen. Deswegen finde ich das gerade sehr wütig, denn auch heute habe ich diesen Spruch, ich glaube sogar zweimal gebracht. Geht auch viel so um aktuelle Seefrachten und keine Ahnung. Es ist ziemlich aufregend, was da gerade abgeht. Und das ist ein Buch, was ich komplett selber beschreiben kann. Und ich glaube, einfach aus Spaß an der Freude nehme ich das sogar mit auf die Arbeit, um es dort als mein Notizbuch zu verwenden. Wir haben hier linierte Seiten drin. Und wenn ich dann demnächst in einem Meeting sitze und, so Gott will, irgendwann dieses Meeting auch wieder face-to-face stattfinden wird, hole ich mein Glaskugelbuch raus und mache mir meine Notizen. Das finde ich echt saubwitzig. Okay, so, geiles, geiles, geiles Produkt. Also damit fängt es schon mal richtig gut an. Und allein das ganze Motto, du weißt nicht, was in der Zukunft passiert, passt auch aktuell so zu meinem Mut. Weil ich halt selber immer so denke, ja, keine Ahnung, die ganze Welt steht kopfgefühlt gerade und du weißt einfach nicht, was kommt. Und das hat uns, glaube ich, das komplette letzte Jahr so ziemlich gezeigt, dass es meistens anders, als man denken kommt. Meistens kommt, nein, meistens kommt es anders und immer wie man denkt. Nein, oft kommt es anders und meistens wie man denkt. Irgendwie so ist es ja quasi, ne, vom Spruch her. Als nächstes habe ich hier eine Karte mit drin. Amazingly the Organic and Natural Beauty Experts. Da bin ich mal gespannt, was Amazing-Gee mir sagen möchte. 7 Euro Rabatt auf Bestellung über 79 Euro. Dein Code auf amazinggee.com eingeben und beim Kauf von biologischer und natürlicher Schönheitspflege mit Gelärmfaktor sparen. Das finde ich cool. Pro Kunde ist der Gutscheincode dann einmal einlösbar. Das finde ich schön. Bei solchen Gutscheincodes, wo ich selber Geld ausgeben muss, um einen Rabatt zu bekommen, rechne ich den Gutscheincode-Wert eigentlich nicht zum Gesamtwert der Box mit hinzu, den ich euch ja auch am Ende des Videos mit einblende. Okay, dann habe ich hier etwas mit drin und ich glaube, das ist der Grund, weswegen das hier so riecht, oder? Ich weiß es nicht. Nein, was ist ein Teil davon? Das ist von Vayu, Ritual von Kori, Superfood-Tee. Auch sowas haben wir mit dabei in den Boxen. Also quasi, wow, draußen ist es richtig hart am Stürmen und regnet gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das Fenster ist genau hinter euch. So halt Essensprodukte, also Food-Produkte, genau, die auch so in den Yoga-Lifestyle mit reinpassen. Wir haben hier drin Apfelstücke, Physalis, Lemongrass, Kokosraspeln, Orangenschalen, natürliches Aroma, Aroma, Gucci-Beeren, Holunderblüte und Lukuma-Pulver. Das ist interessant, werde ich mir auf jeden Fall trinken, denn noch haben wir nicht wirklich diese Sommerzeit oder richtigen warmen Frühling. Es ist ja noch alles sehr kalt und sehr windig und so und da trinke ich mir sehr häufig gerne nochmal einen Tee abends oder über Tag, wenn mir halt wirklich kalt ist oder mache mir ein paar Kerzen an und so. Und da passt dieser Tee auf jeden Fall sehr gut mit rein. Finde ich total klasse. Ich trinke mir auch in letzter Zeit super häufig, also das sind 20 Gramm übrigens enthalten, ne? Loser Tee, müsste das sein? Ja. Super häufig trinke ich mir goldene Milch. Hört sich wirklich charmanter an, als es tatsächlich schmeckt. Und das trinke ich mit meiner Mandelmilch zusammen, mache mir da immer einfach einen gehäuften Teelöffel in ein Glas rein und dann trinke ich das relativ schnell durch den Strohhalm und versuche es auf Ex zu trinken, weil dieser Ingwer, der da drin ist und das Kurkuma, doch nicht so geil vom Geschmack her sind, deswegen rein damit. Aber super Gesundheit, ne? Für komplette Körpergesundheit. Genau. Also das finde ich auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Geschichte und auch wieder sehr passend. Kriege ich dich hingestellt? Hallo? Nee, doch. Ein bisschen möchte es doch stehen, ne? Ihr seht es eh nicht, ne? Na, egal. Noch etwas zu essen habe ich hier mit dabei und wenn wir hier so Essensprodukte mit drin haben, sind sie auch oft vegan. Vegan. Und das ist auch ein Bar Belz Vegan, eine Vegan-Protein-Bar mit Haselnuss und Nougat. Richtig lecker. Und da ist kein zugesetzter Zucker mit dabei. Das finde ich extrem cool. Ich esse mir sowas auch gerne einfach zum Frühstück. Sei es, wenn ich jetzt im Homeoffice sitze oder wenn ich auf der Arbeit bin. Weil das halt irgendwie halbwegs gesund und so ist. Aber halt, ne? Kannst du mal eben schnell essen, weil eine klassische Frühstückspause an sich habe ich nicht. Ich habe eine Dreiviertelstunde meine Mittagspause. Aber wenn ich mir was frühstücke, dann mache ich das meist so nebenbei. Und ja, da könnte mir das auf jeden Fall sehr gelingen. Cool. Und jetzt wird dann am Dienstag gegessen, weil ich drehe das Video jetzt am 21. Mai. Das ist ja ein Freitag. Es ist abends um 20.36 Uhr. Und jetzt gehe ich zum nächsten Produkt. Wow, jetzt hört es. Ihr hört es aber, ne? Weil der Regen, der prasselt hier gerade gegen das Fenster. Das ist ja Wahnsinn. Dann nehme ich hier mal ein sehr, sehr schweres Produkt raus. Envision. Frankincense Myrrh. Ah, okay. Myrrh ist Myrrh. Myrrh und Frankincense... Was ist das? Weiß ich. Frankipani vielleicht, ne? Muss ich mal gucken, was das ist. Das ist eine Meditationskerze. Steht hier hinten drauf. Das finde ich ja interessant. Muss ich mal auspacken. Okay, wow. Da kommt schon ein Deckelchen mir entgegen. Oh, das hätte wahrscheinlich anders gemusst, weil da ist auch noch ein Stein drin. Der hat sich wohl ein bisschen gelöst. Ich versuche das mal eben rauszunehmen. Oh, ist die schön. Ich weiß jetzt nicht, was der Stein damit zu tun hat. Das muss ich mir gleich im Heftchen mal durchlesen. Aber die riecht. Das ist der Geruch, der hier so rauskommt, ne? Frankipani und Myrrh. Und dann kannst du hier das Deckelchen drauf machen. Das ist richtig schwer und aus Glas. Und wunderschön. Oh mein Gott, das ist auch richtig dekorativ, ne? Das mag ich gerne leiden. Und die Kerze, die da ist. Das mit dem Stein, wie gesagt, muss ich gleich mal nachgucken. Die Kerze, das ist kein klassischer Docht irgendwie. Ich weiß es nicht. Da muss das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Ich muss mir das mal kurz erklären, was ich hier in meinen Händen halte. Okay. Last 29,99 kostet die normalerweise. Wow. Lastig von der nach Weihrauch und Myrrhe. Ach, Weihrauch und nicht Frankipani. Was bin ich denn für ein Vogel? Egal. Duftenden Envision Meditationskerze verzaubern. In der Kerze verbirgt sich weiters ein Edelstein, ein natürlicher, klarer Quarz. Die Kerze besteht aus 100% Sojawachs, enthält ein Docht aus Holz und Premium-Duftöle für ein umweltfreundliches, reines Erlebnis. Unsere Kerze ist frei, äh, ist vegan, frei von Phthalaten und Patrouillum sowie tierversuchsfrei. Das finde ich nice, ne? Das mit dem Stein finde ich auch irgendwie interessant. Das muss dann, oder gibt dann wahrscheinlich nochmal eine ganz besondere Wirkung ab. Oder man kann den Stein, während man dann quasi meditiert, in die Hände nehmen, um seine heilende Wirkung auch mit aufzunehmen. Das mag ich gerne. Also richtig, richtig hübsch. Das ist auch ein schönes Deko-Teil, ne? Wird dann demnächst auch sehr wahrscheinlich bei mir im Hintergrund brennen. Aber auch diese Box finde ich so schön, ne? Das ist schon schön gestaltet. Die mag ich gerne. Schön. So, weil ich jetzt so leise rede, fast schon flüstere. Es ist viel anstrengender. Müsst ihr mal ausprobieren, als wenn ich normal rede. Deswegen trinke ich mir kurz einen Schluck klares Wasser. Oh, schön, was sich hier ebenfalls mit drin befindet, ist auch etwas zu meditieren. Und zwar von Satya Meditation Incense. Das sind Räucherstäbchen. Sowas hatten wir auch schon mal mit drin gehabt. Und das ist jetzt diese Geruchsrichtung. Und das riecht auch sehr, sehr intensiv. Aus Indien kommt das. Das ist auch wohl ein Originalprodukt aus Indien. Finde ich ziemlich cool. Genau, und das sind halt so eingepackte Räucherstäbchen. Die habe ich bei mir auch immer mal wieder. Da sind die drin. Ja, die riechen sehr intensiv. Wow, aber die riechen gut. Ich kann mir auch gut vorstellen, natürlich, ja klar, auch zu meditieren zu nehmen, ne? Da sollte man dann auch den Raum entsprechend etwas lüften, weil sonst, ich persönlich kriege dann sonst Kopfschmerzen. Ich verwende die aber auch sehr gerne. Tatsächlich, weil die sehr intensiv sind. Wenn wir jetzt bei uns in der Küche irgendwas sehr fettiges im Backofen hatten oder gebraten haben oder, ne, irgendwie etwas sehr krass duftendes gegessen haben, zubereitet haben. Das, ja, macht den Duft dann nämlich weg, der dann in der Küche ist. Finde ich immer ganz praktisch, tatsächlich. Doch, finde ich cool. Ich weiß jetzt nicht, wonach das riechen soll. Das riecht sehr, sehr seifig, tatsächlich. Die Räucherstäbchen von Satya sind die optimalen Begleiter für deine Meditationspraxis. Sie helfen dir dabei loszulassen, deinen Geist zu beruhigen und fördern den meditativen Zustand. Der feinfruchtige, herbfrische und doch auch harzig hölzerne Duft begleitet dich während deiner Me-Time und ist wunderbar entspannt. Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz aufregender Duft. Und da ist jetzt hier auch ein Produkt mit abgebildet, was damit zugehört. Und zwar scheinen das, genau, das ist so ein Stäbchenhalter. Das ist so ein Metallvieh und da kannst du dann die Räucherstäbchen reinmachen und dann hält das. Das finde ich cool. Da ist auch noch ein Buddha mit abgebildet, da habe ich ja auch ein Buddha mit drin. Muss ich gleich mal stöbern gehen. Aber das finde ich auf jeden Fall schon mal praktisch. So. Hier habe ich auf jeden Fall so ein kleines rotes Päckchen. Gucken wir mal rein, vielleicht ist da der Buddha enthalten. Ich habe schon, ja, ich habe, das seht ihr gar nicht, aber hier auf dem, eigentlich ist es noch ein altes Expedit-Regal, deswegen passen die beiden Regale nicht so ganz gut übereinander, habe ich auch so ein paar Buddhas und so stehen. Und da passt der natürlich jetzt super gut zu. Das ist schön. Das ist er. So leicht rot-braun. Ich glaube, weiß ich nicht, Holz oder was ist das für ein Material? Haben wir hier einen kleinen Buddha. Mini Buddha. What we think, we become Buddha. Ja, also was wir denken, werden wir. Diese Mini-Buddha-Statue soll dich stets an die Weisheiten des Buddhas erinnern. Platziere die Statue auf deinem Altar oder an deinem Meditationsplatz und lass dich durch seine Energie leiden. Genau. Finde ich schön. Das mag ich. Aber wir sehen wirklich, wie meine Stimme dann auch eine sehr beruhigende Wirkung auf Mr. Wow hat. Denn Mr. Wow leckt sich ganz entspannt an seinem Po und ist doch ziemlich froh. So muss das sein. Das finde ich fein. Und das war ein Rein. Und jetzt kommen wir zu ein bisschen Beauty-Produkte, ein bisschen Pflege mit dabei. Und da habe ich von Fair Squared hier eine Olive Handcreme mit drin. Eine Olivenhandcreme. Und die ist vegan, die ist Fairtrade hergestellt. 50 Milliliter sind hier enthalten. Und solche Olivenhandcremes, die auch sehr natürlich sind, sind meistens auch sehr schön pflegend. Und das finde ich immer klasse. Benutze ich am liebsten abends vorm Schlafen gehen, weil da meine Hände nochmal so eine extra Portion Pflege von mir bekommen. Deswegen finde ich es klasse, dass die mit drin ist. Ich habe jetzt schon eine bei mir am Bett stehen, die jetzt angebrochen ist. Deswegen mache ich die jetzt nicht extra auf. Finde ich aber richtig, richtig, richtig toll. Mag ich. So, dann habe ich hier noch etwas mit dabei. Und das ist ein Lippenpflegestift. Und das ist von Amazing G. Und Amazing G hatten wir eben auch schon in Gutscheincode mit dabei. Amazing G Balm. Lip Friendly, Earth Friendly Balm. Vegan Spearmint Lip Balm. Okay, also es ist quasi mit Pfefferminze. Und ja, der soll die Lippen pflegen. Und wenn er so mit Spearmint ist, also mit Spearmint Pfefferminze, ich glaube schon. Ja, Pfefferminz, genau. Ist das dann auch nochmal so ein leicht frisches Gefühl auf den Lippen, was ich jetzt so Richtung, wenn wir irgendwann mal Richtung Sommer und sowas gehen, echt geil finde. Also das mag ich gerne. Finde ich klasse. Und das ist auch irgendwie super natürlich und so, weil vegan und sowas, ne. Das finde ich schön. Das mag ich. Klasse. Ganz schön viele Produkte jetzt hier in der Box enthalten. Ich mache jetzt hier mal kurz nochmal, dass ich drüber schaue, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe. Weil die Box sieht leer aus, genau. Und sie ist auch leer. Und das war jetzt der Inhalt von der MyBox. Ich persönlich finde, dass wir hier eine sehr, sehr beruhigende, einen beruhigenden Mut mitbekommen haben. Und ich finde, dass uns das jetzt in dieser aktuellen Glaskugel-Reinguck-Zeit doch sehr gut tut. Und deswegen finde ich das klasse, wie die Box gestaltet ist. Vielen, vielen Dank an Hannah und Tyler für die Zusendung der Box. Hat mir richtig gut gefallen und war eine schöne Box wieder. Und für 49,99 kann man die sich auf jeden Fall mal anschauen. Und ja, man kann die Boxen halt einzeln bestellen. Und genau, da verlinke ich euch auch den Shop unten in der Infobox. Da kommt ihr dann auch direkt auf die Homepage. Denkt an meinen Gutscheincode. Dann spart ihr auch noch ein bisschen. Das müssten dann ja auch 5 Euro sein für die Box. Also von daher finde ich das schon ganz cool. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.